Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 101 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 21.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.